Warum SARS-CoV-2 gerade für eine gefährliche Pandemie sorgt? Es gibt keine Impfung. Wahrscheinlich ist auch niemand von Natur aus immun und wir haben noch keine Medikamente, die sich in Studien behauptet hätten zumindest. Das heißt, die einzige Medizin kann nur unser Körper selbst herstellen, indem das Immunsystem Antikörper bildet. Damit kann jeder Mensch dann auch langfristig das Virus außer Gefecht setzen. Jetzt gibt es eine einfache, aber geniale Idee. Wenn jemand Covid-19 besiegt hat, sind Antikörper im Blut. Diese Antikörper würden theoretisch auch bei einem anderen Menschen wirken. Was wäre also, wenn man einfach die Antikörper von einer genesenen Person einem Kranken verabreicht? Oder sogar prophylaktisch Risikokandidaten, also älteren Menschen oder Krankenschwestern? Okay, also diese Idee ist nicht neu. Die ist schon über 100 Jahre alt. 1901 ging dafür sogar der erste Medizin-Nobelpreis der Welt an Emil von Behring für seine Pionierarbeit bei der Serum-Therapie. Diese sogenannte passive Immunisierung gibt es auch schon. Zum Beispiel bei Tollwut. Wenn eine nicht geimpfte Person gebissen wird, bekommt sie einen Cocktail gespritzt, in dem insbesondere auch Tollwut-Antikörper drin sind. Und die unterstützen dann gleich das Immunsystem. Und auch wenn in der Vergangenheit Infektionskrankheiten ausgebrochen sind, haben Ärzte so eine Methode schon eingesetzt. Zum Beispiel bei der spanischen Grippe oder bei SARS und MERS. Auch bei Covid-19 könnte dieser Trick funktionieren. Dazu braucht man Re-Konvaleszenten-Plasma. Auf Deutsch also Blutplasma von Genesenen, in dem dann Antikörper vorhanden sind. Das ist der flüssige Teil von Blut, der übrig bleibt, wenn man die Blutzellen entfernt. Also zum Beispiel die roten und weißen Blutkörperchen. Das geht in der Zentrifuge. Da wird das Blut dann so stark geschleudert, dass es sich in verschiedene Phasen aufteilt. Klingt in der Theorie ziemlich einfach. Jetzt kommt das Aber. Es geht hier ja um Blut. Da kann alles Mögliche drin sein. Andere infektiöse Krankheiten. Möglicherweise sogar SARS-CoV-2 selbst. Und da muss man auch aufpassen, dass es keine anderen Reaktionen gibt. Dass das Immunsystem vom Empfänger nicht plötzlich anfängt, gegen das Spenderplasma anzukämpfen. Also es besteht schon die Gefahr, dass so eine Plasmatherapie den Krankheitsverlauf schlimmer macht. Und selbst wenn die Antikörper helfen sollten, ist es auch die Frage, wie lang der Schutz dann halten würde. Wenn man alle zwei Tage neue Antikörper verabreichen müsste, dann wäre das ja nicht besonders praktikabel. Deshalb untersuchen Forscher gerade ganz genau, ob so eine Plasmatherapie sinnvoll ist. Zum Beispiel in einer Pilotstudie mit zehn schwer kranken Covid-19-Patienten. Ist natürlich eine sehr kleine Kohorte und es gibt noch ein paar andere methodische Schwächen. Deshalb ist das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen. Aber die Forscher schreiben, dass die Patienten die Therapie gut vertragen haben. Und dass die Antikörper aus dem Blutplasma bei schweren Fällen helfen könnten, die Viren zu neutralisieren. Jetzt gilt es also größere, gut designte Studien zu machen, um besser sagen zu können, was die Therapie wirklich bringt. Die Uniklinik Erlangen etwa macht das. Und hat vor einigen Tagen aufgerufen, dass genesene Covid-19-Patienten Plasma spenden sollten. Innerhalb von wenigen Stunden haben sich dann so viele Leute gemeldet, dass die Klinik da schon gar nicht mehr nachkommt. Das heißt, hier muss man sich nicht mehr melden, aber wer Covid-19 überstanden hat und auch helfen möchte, viele andere Unis in Deutschland sind noch auf der Suche nach Spendern. Ist bestimmt eine gute Sache und wir dürfen gespannt sein, ob wir uns nicht einfach unsere eigene Medizin gegen Covid-19 herstellen können.